hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal wir zeigen heute wieder mal ein cooles weihnachtsvideo beziehungsweise weihnachts special und zwar machen wir weihnachtsdekoration weil weihnachten ist ja schon bald wir sind auch glaube ich ein bisschen spät dran wir haben nur noch zwei tage aber ich dachte mir in den zwei tagen kann man das locker machen ist überhaupt nicht so besonders fürs weihnachtsessen dass unsere wohnung noch ein bisschen weihnachtlicher wird genau machen wir jetzt diese deko idee und die wollen wir natürlich auch zeigen und zwar fangen wir an mit diesem coolen bild hierfür benötigen wir einfach nur ein paar gläser ein pinsel bisschen bastelkleber glitzerpulver einen stift und eine leinwand so als erstes nehme ich hier die müslischale das wird das richtig ungefähr ein bisschen mittig aus und zeichne mal bisschen grob mit dem kugelschrauber ich hoffe der malt einmal jetzt mal einmal außenrum damit ich einen schönen kreis hinkriege genau dann nehmen wir ein ganz normales glas da ja Vielen Dank. 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 Vielen Dank.